Hey, servus und hallo bei Not Another Dope Show. Hey, das ist ja cool, dass du meinen Kanal gefunden hast. Je nachdem, was dich interessiert, Therapiegeschichten, da geht es nur um Therapien, Knastgeschichten, da geht es eigentlich um alles mögliche mit Prohibition. Und dann gibt es noch eins mit Gegenwart, da sind halt Sachen drin, die die heutige Zeit betreffen, weil meine Geschichten aus Therapie und Knast, die spielen alle in den Ende der 80er Jahren, Anfang der 90er Jahren, des letzten Jahrtausends, als ich noch jünger war, weil ich bin seit 1999 bin ich clean. Cannabis ist für mich keine Droge, sondern Medizin, von daher sehe ich das auch nicht als drauf sein an. Tschüss!